Der Berner Schlager gegen Patrick Gilla. Service exzellent durchgebracht. Der Topspin. Der Konto zu holen ist für Gilla. Ja, kurz. Schlage macht den Fehler. Schlage macht den Fehler. Schlage macht den Fehler. Ah, wunderbar. Hartzball Werner Schlager im zweiten Spiel gegen Roald Chalroa. Das erste Spiel hat Chen Wegsching. Ja! 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 gut gemacht, 12 zu 11 und macht den Sack jetzt zu, im ersten Satz, klar serviert weit in, out gut, die Defendosen, somit an Roald Charleroi nur mit Reaktionen und der Niederösterreicher, jetzt mit einem kleinen Einbruch hauptsächlich aus der Defensive macht und mit Hilfe der Fehler von Werner Schlager und in bleibt jetzt müsste er, aber Patrick Schillard führt kurz vor dem Satzausgleich und dann macht er jetzt heißt es für Werner Schlager, Konzentration zu sammeln kommt nicht richtig in die Offensive jetzt ein Fehler ich meine, knapp an der Platte an den Grund Karl Jindrak, der Coach und kürzlich das Ende seiner mit 3 zu 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 7 5 8 Und nicht gewinnen hat können. Wieder frei gemacht. Na, ganz schnell. Na, bis beim Spielstand von 10 zu 10. Na. Na, der Punkt für Werner Schlager. 12 zu 10. 12 zu 10 für den Niederösterreicher. Und dieses Spiel eine ganz, ganz knappe Angelegenheit. Wenn sie sich später eingeschaltet haben in dieses Champions-League-Halbfinale. Zwischen, klar, mit 3 zu 0 gegen den Weißrussen Wladimir Samsonov gewonnen. Im vierten Satz. Werner Schlager versucht so seinen Gegner in Bewege. Und da. Aber da kein Schwer. Wieder ein kürzeres Service. Und da. Na, gut. Plus 1. SVS Niederösterreich. Und das Netz. 15,25 Zentimeter hoch. Das die Eckdaten. Ja. Timeout jetzt. Genommen von Patrick Schillard. Der Satz gar deklassiert mit 11 zu 2. Und jetzt Matchball. Auswärts für den SVS Niederösterreich in Chalroa. Das käme wirklich einer kleinen Sitzung. Matchbälle für Werner Schlager. Ja, der Ball nimmt out. Und das Spiel.